moin moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal zu einer weiteren folge mario maker 2 mit der german edition das heißt wir spielen levels von leuten aus deutschland die hier ein paar levels gemacht haben ich überlegt bald auch noch mal eine europäische version zu machen aber erstmal nur die aus deutschland weil das finde ich für mich interessanter weil es vielleicht auch leute gibt die ihre levels auch selber sehen wollen dann so wir haben hier schon ein bisschen detailsuch habe ich nicht gemacht aber ich habe mal viel versprechen steht jetzt ein beispiel da jetzt mal durch und versuchen da war die deutschen ich habe allerdings auch 23 levels die wir mal eingeben können das kann man machen die ich zugeschickt bekommen ab und zwar aber gleichmals wir machen erst mal die super hammer adventure und dann gehen wir rein und spielen einmal spielen wir einmal zwei levels von und zwar jörg leug der fragt nämlich ob ich mir die mal anschauen kann die hat er mit seinem bruder zusammengebaut gucken wir doch mal so so ok ok wenn wir noch mal kisten waren ok ok muss man nur wahrscheinlich kisten bauen auch die tun kom championships heraus ok haben Oh nein, okay. Woher schüße? Wo schüße? Oh, ich schüße, ja. Aber. Oh, ich komme hier rein. Oh, okay. Ich kann doch die Kirche hier vielleicht. Dann sollen wir noch Schüße holen. Warte, was haben wir hier? Ja, super gelöst. Ich kann noch Schüße nach da oben holen. Ich weiß nicht, ich kann da mal. Mann. Scheiße. Okay, ich will noch kurz überlegen, wie wir hier rauskommen. Ist ja nicht schon nervig. Ich bin auch da hinten längst, man hat man. Wieso mal da hoch zu kommen zu dem? Okay, das war das dann. Ja. Gibt's doch gar nicht. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll hier und zu leben. Scheuer ist gelöst. Komm, wir müssen noch mal gucken. Geh noch mal rein. Das ist ja ein bisschen nervig. Hä? Warte mal. Okay. Oh. warum ist ein typ man man muss diesen schlüssel haben immer warte so so Okay. endlich kack der schlüssel ok war jetzt gar nicht so geil muss ich sagen ja so ein try and error ok aber kein highlight gut beenden so gucken wir mal was auf so haben wir auf die teilsuche so hier drin so die suche so gucken wie die war hier also hier ist ähm r79 ähm r79 xxq xxq und thg so das ist von dem jörg leug gucken wir mal nach bam collect 50 kinds made by eltfario wir spielen es einfach mal gucken wir mal nach so das geht raus an die jörg wir gucken mal sammle alle 50 münzen und erreiche das ziel ok alle 50 münzen ok 50 stück in der anderen zahl auf dem hier so einen versteckten hier am Anfang ok ok ich habe da irgendwie einer er sein könnte dass es da noch ein verstecktes ding gibt Nicht so ein versteckter Kasten, das ich übersehe? Oh, ja auch nicht. Oh, ja. Oh, nein, das war dumm. Das war dumm. Das ist nicht so viel. Kann man da auch rein? Okay, jetzt mal rein. Okay. Ah, 100 Sekunden haben wir ja noch, ne? Oh! Durchdummt. Aber mehr sind da nicht, ne? Los! Ah, perfekt. Ja, das ist doch super. Wie viele Münzen haben wir denn? 46, okay. So, alle 50, oder? Perfekt. Ach, da, okay. Ah, sehr gut. Ja, ganz cool. Ähm, vor allem war es nicht zu schwer und nicht zu leicht. Das war so ein Mittelmaß. Ähm. Genau, die Führung fehlt ein wenig, kann ich auch sagen. Ich fand es aber auch ganz gut. Ich gebe dir mal. Komm, hier. Ich fand es lustig. Ähm. Auf jeden Fall. Lustige Idee. Ähm. Wir suchen gleich mal ein weiteres. Zack. So ist noch eins eingetan. Nämlich. Äh. T. 26. XQV. XQV. Und. FKG. F. F. K. G. Action. Cheerio, guy. Defeat all Koopas before time's run out. Okay. Guck mal ob es schaffen alle die Koopas zu killen bevor die Zeit abläuft. Mal sehen. Klassisch. Kurz und nackig. Okay. Zeitvorgabe. 100 Sekunden. Okay. Oh. Ah, okay. Einfach zu zeitig gesprungen. Mach nochmal. Oh nein. Ich bin zu gierig. Ich wollte die Münzen haben. Die brauche ich ja gar nicht. Die scheiß Münzen. Ich soll ja nur diese Tiche killen. Okay. Spezuw.... Oh nein. ................. Dann kann hier eine trappedetaanische Essege. In Vor allem. Auf����는! Trink mal auf alle EFTI tri sure. das alle ich weiß nicht alle gekehrt hat kann es nicht noch ein paar da waren wir dann gucken ich glaube dann kriegt man schlüssel nicht mehr hat potenzial für ein speedrun nie frock ich weiß auch lustig definitiv hier kommentieren und zwar ich bin so schlecht zeichnen und jetzt hier drauf ja so richtig geile fratze damit ein bisschen schiefe zähne jetzt spaß gemacht wie kann man die kennen leute darauf zeichnen ich würde ganz gerne anders zeichnen können ich habe leider meinen mein tablet im station das könnte darauf zeichnen kann man wahrscheinlich besser aufzeichnen aber egal so schickt es aus ziemlich cool ziemlich cool ja vielen dank dafür das waren die einzigen level die zugeschickt bekommen habe ist nicht so schlimm wir gehen jetzt weiter und gucken mal weiter was wir deutsche level finden wasser level suchen so detailsuche so wir gehen hier raus wollen nur unsere region sonst ist mir alles egal genau ja beliebt hat kommen wir jeden tag neue dazu ich glaube man kann es gar nicht schaffen alle level zu spielen die es da gibt und dafür hat man ja unendlich viele sachen hier kam extra menschen habe ich schon mal gespielt ich wollte also quatsch ich das normal zu machen das hatte ich auch schon mal natürlich weiter oben jetzt erst mal juni haben wir auch schon hier julian smm trickshot das machen wir noch mal welt rekord nicht bei 50 sekunden keine ahnung wobei es bei mir liegen wird bei zwei sekunden nur bei 10 man weiß nicht guck mal so ich bin auch gerade dabei ein level zu machen ich lade es auch hoch ob es doch diese woche auswert weiß ich nicht ich hoffe schau mal so ok perfekt also ähnliches kenne ich aber schon ganz geil ok pass auf genau gut aber gut lieb diese levels ich finde die einfach so geil ok pass auf zack rein da berg aus ok ich finde es nicht ganz cool gemacht okay das geht gut gemacht oder so braucht man es aber nicht ziemlich cool vielleicht war es auch nicht so gedacht ach scheiße nein war ja 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 ach so war das was wir das verlegen oder als video benutzen das ding oder aber und aber und 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 ja vielen dank für das level ziemlich lustig julian so was noch so gibt hier noch einmal toxisch team work das haben wir schon mal deswegen kam es bekannt wo ich schon mal trickshot gemacht hat bei ihm was das denn hier 20 second machen wir mal 20 seconds immer gut 20 sekunden zeit ich brauche 19,7 9 nein natürlich nicht so wie kann man das okay weil das geht uns einen kleinen moment warten vielleicht so schnell ich bin zu schnell wenn ich kann da rein jedes mal wieder warum mache ich das das ist ein bescheid das oh ein paar wurden mitgenommen wie soll es dagegen schießen noch mal ok 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 aber es macht es ist geil mit dem nintendo logo anfangen zu früh zu früh zu früh das guten ja Ich hab oben geschossen das Ding. Dumm. Wahrscheinlich, jetzt aber. Oh, das war dumm. Den brauch ich wahrscheinlich hier jetzt, ne? Oh, Alter, das ist aber auch schwer. Das war aber auch schwer gedeichselt. Das war dumm. Zeit abgelaufen, alter Schwede. Muss ich noch schneller sein? Okay. Boah. Ist doch fast unmöglich, oder? Naja, es gibt ja Leute jetzt geschafft, ne? Okay. Oh, das ist doch schade. Es nervt mich am Anfang, dass es so ein bisschen... Obwohl, warte mal. Kann man da auch direkt rüber springen? Ja, okay. Ja, okay. Er hat gleich denken können. Ja, okay. Er hat gleich denken können. Boah. Boah. Bescheuert. Mann. Pfei, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. da muss man es hochschleudern, das Ding, ne? Ja, ok Zu spät, zu spät Aber es ist doch echt auch knapp von der Zeit her, ey Warte mal, warte mal, warte mal Ich lass mich mal runterfallen, ob dieses Speed-Ding da Vielleicht geht es besser, wenn es... Vielleicht spare ich noch eine Sekunde Was mach ich denn da? Schleuder das Ding mal wieder weg Ich hab noch eine Sekunde Zeit, das kann ich doch gar nicht schaffen Ah, ich mag das Stehen sie Alte Zeit Das ist doch echt, von der Zeit her ist doch echt fast utopisch Bo Haja Ich will diese Scheiße verschaffen und kotzig. Ich habe wieder die Kunde versaut. Ah, guck schon. Ah, das ist andere Ding nicht mitgenommen. War Zeit, der hat es geschafft. Ich glaube, das ist auch echt scheiße. Ah, schon wieder. Mann. So, jetzt aber. Komm schon, komm schon. Nein, schon wieder. Wieso mache ich das eigentlich? Wieso nehme ich diesen kackten Ding mal mit? Ich weiß nicht. So. Wow. Normal. Oh nein. Ich bin so früh hoch. Ja, ist auch ein kacklevel. Tschüss. ich habe keine zeit mehr so drauf ich habe eine sekunde dann muss ich noch weiter kommen das geht doch gar nicht so schnell muss man sein aber warte mal ich habe eine idee das heißt die das klappt ich glaube schon ich glaube schon ich glaube schon das sind ja schon losgeschossen ich habe ihn aber so war richtig oder so war richtig so war richtig gut gemacht so mal nein nein und so kommt man zu sehr nach unten das ist aber dieser pro controller ich habe den ersten generation pro controller der ist ein bisschen nervig warum der denn immer nach unten drückt dann wieder es drückt auch gar nicht nach unten ja so das war nicht gut genug ich verstehe nicht warum ich das nicht das bieten das schmeißt hier mit laufend ich Nein, da ist das Ziel. Ich hätte es dir nach oben gegenschmeißen. Nochmal. Oh, scheiße. Speed vergessen. Geh nochmal. Oh, Zeit abgelaufen. Hat die Zeit abgelaufen. Ah, mir fehlt eine Sekunde oder sowas. Nochmal, das war ein perfekter Run gerade eigentlich. Naja, perfekt war es nicht, dass ich es geschafft habe. Oh, jetzt schmeiß ich es wieder oben. Etzent. Nochmal. Das ist so, dieses Joypad ist echt im Arsch, glaube ich. Ich brauche einen anderen Pokkontroll oder irgendwas anderes. Das ist echt ein scheiß Ding. Naja, ich will hier einen Pokkontroll ausruhen. Oh, scheiße. Das liegt aber wirklich daran, das habe ich auch bei anderen Spielen schon gemerkt. Ab und zu hat er so einen unten nach rechts, das Joykreuz hat unten nach unten so einen rechts. Weil das nervt, da schon wieder. Das nervt und ich weiß, wie woran es liegt. Ich weiß, wie woran es liegt. Die erste Generation hat ja anscheinend so eine Macke gehabt. Das nervt. Gerade für sowas hier brauchen wir präzise Steuerung. Was klappt denn nicht so wirklich? Oh. Ja, also es bringt nichts. Okay, das sind auch oft meine Fehler. Ich sage, so 90% meine Fehler, 10% gebe ich dem Controller die Schuld. Ich bin genau davor. Noch schnell geht das auch gar nicht, oder? Ich war auch schon echt verdammt schnell. Okay, nochmal. Oh. Das ist echt hardcore. Oh, das Ding. Och, Mann. Es gibt nicht, treffe ich da nicht. Wieso treffe ich denn dann nicht? Kannst du anders, ey? Wir machen ja. Au. 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 Sag nicht, ne? Au. 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 Wo kannst du ja auch mal nach oben schießen? Au. 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 Wo werde ich denn langsamer, ey? Das ist alles wunderbar, ne? Wirst du auch schwimmen? Gibt's nicht, man trifft's. Ich treffe ihn noch nicht, ne? Bekackte Scheiße. Mann. Das ist doch nicht euer Ernst. Ach, Mann. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Warum trifft der? Warum trifft der? Kackt der nicht. Gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Nein! Power. Ich hab' den Ding mitgenommen. Gibt's nicht. Gibt es nicht. Das lebt echt in sich. Das war die erste 4 5 4 5 6 7 8 8 15 nein ich habe mich hochgebrochen ich habe mich hochgebrochen wie dumm nein schon wieder schon wieder nicht hochgebrochen warum werde ich nicht hoch da ich noch Depp oh alter Versuch 130.000 200 Millionen geht denn jetzt auf den Sack das Level oh man das ist doch gar nicht unmöglich das ist doch so knapp mit der Zeit wie kann das sein steht das nicht wo kann ich hier noch Zeit einsparen ich weiß es wirklich nicht wo kann ich noch Zeit einsparen wo kann man hier noch Zeit einsparen echt ich weiß es nicht oh ich weiß echt nicht wo man noch Zeit einsparen kann ich weiß es einfach nicht ich fühl doch jemals vor der Axt hält das auf jedes mal vor dieser beschissenen Axt hört das auf ja ich verstehe nicht irgendwo wo kann ich noch schneller ich war auf der axt drauf ganz im ernst das war dicht dran ist jetzt so dicht dran wird ja schon ankotzt clean ich bin ich bin ich bin ich bin und ich bin Scheiße, Scheiße Scheiße, Scheiße Scheiße, Scheiße 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 Scheiße